UNTERTITELUNG Ich bin die Britte. Ich liebe Leute, die Zeit sind. Was? Zeit. Sag mir, warum sind Sie hier? Die Stadt wird uns töten. Weil ich für die falsche Seite arbeite. Unser Übersetzer Tariq ist einer akuten Gefahr ausgesetzt. Das ist Sache des Auswärtigen Amtes, nicht unsere. Ich frage für Wissen und Manitab. Das deutsche Regierung sagt, ich brauche Beweis. Welche Beweis? Wenn ich bin, ist das Beweis? Wenn meine Frau tot. Was ist Beweis? Verdammt, das ist die Schwester unseres Übersetzers. Die verblutet uns hier gerade unter unseren Händen. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Jesperli ist verantwortlich für deine Leute. Du trägst die Verantwortung. Lass sie alle hier heil nach Hause kommen. Sag mir, komm! Runter! Was haben wir uns damit annehmen? Dein Herrscher kommt mir aboschen. Gannison ist mein Haus. Wenn ich hier fühle mich, dann würde ich lieber gehen.